So, was geht's? Konzentration! So, was geht's? Ja, mal schauen, den Haftzug auch, muss man mal ein bisschen schauen, wo es da vielleicht ein bisschen feucht ist, aber die Linie ist jetzt auch schon sehr schön trocken hier, das schaut ganz gut aus. Und was immer auf dem äußeren Rauch hat man eine relativ trockene Linie, und das ist eigentlich das Reicht, ne? Also, dass man den Handfestzug schön aufbaut, dann ist das genug. So, was machen wir, relativ zügig und sicher, Frau. Wichtig ist, dass wir laut dieser Linie dann auch selber ausbauen. Ist es ja schon? Ah, aufaceda. Ja, ab action. Oh, der ist ja das. Die Klapps nie mitnehmen in der Fuchsrolle von einem Aureklapp. In der Mitte kommen, einlenken, weiße Linie, gerade rein und dann wird abgebucht. Links ist ein gelber Klappei, auf dem gelben Herd bei Wurzeln noch, auf der linken Seite ist der Punkt, wo die Richtungwechsel durchführt. Und bei ungefähr 45 Sekunden Vokussieg ist das jetzt überhaupt kein Thema, es ist komplett entspannt, wenn man weich und sauber am Lenksort ist. Ich schätze mal, die Jungs da vorne, die werden uns jetzt dann auch gleich unter Druck setzen, also vorbeilassen, die werden dem Druck nicht stolz halten. Also bleiben wir schön beieinander und saßen und lauern auf die Chance, dass sie ein Blinker setzen. Ich sage euch Bescheid. Ihr daughter im Lieberkneicht in der Fuchsrolle von Aureklapp. Dann kommen wir mal und singe Mal. Ich sage euch Bescheid. Und wenn ich meine alte Niveau weggeleite, So, wir kommen jetzt vorbei, auf geht's, Feuer, Feuer, Feuer! Das ist ein bisschen feuch, der aufpassen will, für diese, aber dann da hoch, dann geht's gut. Das ist alles drucken, das ist alles voll hier. Auf der Spur zu bedrucken, schön in der Spur bleiben. Ihr wisst hier vielleicht, aufpassen, ist ja links, aber es ist auch gut, eigentlich. Und dann noch länger drücken. Die Luftkurve, hochschüttend schauen, von außen sauber rein, bei senken und rollgruppen. Mit dem Griff dem Urlaub, den Tima kommt man immer aufbrennen. Auf die Straße. Wir haben für die ganze Strecke bezahlt, meine Herren. Schön Karussell, sauber reinfallen. Die Luftkurve, Straßenreie Ciao, zwei, physically. Die Luftkurve in einer 05. Auf die Straße, dich tiere, Kirchen muss von außen sauber zbietrösen, Es ist alles trocken, nicht einmal so schön auf der Linie bleiben, sondern es ist alles Kinderspiel mit den hohen Reifen. Die Schusskriege sind in der Karte, nicht einmal so schön auf der Linie bleiben, sondern es ist alles gut, nicht einmal so schön auf der Linie bleiben, sondern es ist alles gut. Kürz nachziehen, da die Lenkung dann über den Stromwerk bitte aufmachen. Und da hinten gucken, hier muss man den Rhythmus finden, aber immer schauen, dass man weiß, dass die Krebs nie berührt, meine Hand, nicht an den Krebs-Zon. Und bitte bitte aufreißen, bitte vorderen Strich weiter. Kürz nachziehen, das ist super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017